Die Innsbrucker gewinnen zuversichtlich das erste Halbfinale mit Ried, gewinnen 3-0 in der Usihalle. Es ist bereits der dritte Heimsieg des Cheftrainers Stefan Krianskis Team über die oberen Österreicher ohne Verlust der Sets in dieser Saison. Erst in der ersten Runde ist der Titelfavorit auf Augenhöhe und kann auch ein 4-Punkte-Defizit. Einholen. Absatz 2 ist die Heimmannschaft überlegen. Top-Torschütze Luan Weber und Arthur Naht oder Markus Berger und Greg Canbozek. Wir haben heute großartig verteidigt und ihren Pass perfekt gelesen. Unser Dienst war so stark wie der Blog. Wenn wir auch im Ausland erscheinen, haben wir alle Trump-Karten in unseren Händen. Ist Hypo-Kapitän Daniel Konkall zufrieden? Hartberg kann sich im zweiten Halbfinale vorstellen. TSV Hartberg kann sich in der zweiten Semi-Final-Serie präsentieren. Das Überraschungsteam der Saison in seiner Heimathalle SK Satoga Eich-Dob besiegte 3-1 in 105 Protokoll. Sogar die beiden Duelle in der Basisrunde waren in vier Sets zu den Styrians gegangen. Martin Micholl, Sportdirektor von Eich-Dob-Dob Leider hatten wir heute große gesundheitliche Probleme. Einige Spieler waren nicht fit. Der Trainer musste zu Hause bleiben. Aber wir haben ein sehr gutes Spiel dafür gespielt. Man muss den Hartbergers gratulieren. Sie haben sie unglaublich verteidigt. Wir müssen sicherstellen, dass die kranken Spieler schnell wieder gut werden und dass wir ausgleichen können. Die ersten Liga-Mann-Teams zeigen keine nackten Abstiegsrunde. Nackt-Union-Reif-Eisenwald-Verrätel Siege bei VBC-TLC-Weiz in drei Sets. Der Gewinner dieses Duels WSL-Sportdirektor Karin Frothbauer Wir sind sehr zufrieden über die drei Punkte Insgesamt war es eine solide Leistung. Hotvolley's Wien ist es gelingt. 3-1 im kreisförmigen Koch gegen V.C. Hausmannstetten Sokol und Klagenfurt vor dem Tisch vor Supervolley zu führen Zwei nach acht Runden sind für die AVL Basic Runde 202.324 qualifiziert Zwei nach acht Runden sind für die Vhistoire. Vielen Dank.